So, wir kommen zurück. Wir stehen noch vor demselben Bus. Habe ich noch nicht umlackiert. Jetzt gehen wir hier den Turm hoch. Oh, hat Vegetar eingestellt. Aber er hat es nicht kommen sehen. Na, jetzt hast du es benutzt, kannst du es verlegen wegen Papier. Also hier oben gibt es nicht immer so viel wie gedacht. So den Bus hatten wir eben, vorhin eben. Hier ist vorhin okay. Und das sieht doch hier förmlich der Hund aus hier. Ach ne, nicht noch ein Hund. Äh, auch du Schein da. Oh, äh, hm. Still in den Ecken kommen sie gekrochen. Oh. Mal die Knückel nehmen, wenn sie in den Ecken rennen. Ding. Uh, dann renn ich immer so, aber, aber, aber. Kommt mal so zu rennen, Junge. Au, au, au. Au, au. Au, au. Au, au. Und, uh. Jetzt ausröwen. Dann rennt mal davor. Ich hab den da vorne, da vorne rin gerannt. Ja, genau. Rennt mal hinterher. Ich weiß nicht wo er hin will. Da geht es lang. Ja, genau. da war er wohl nicht was ist mit dir los? schwebst du ein bisschen? da hast du dich genasht ja jetzt übertreibt es nicht wieder entschuldigung man muss jetzt nicht jeden kosten hier und so wärmer was ist denn mit dich? kann man umfallen oder was? können wir zerlegen? benutzen? jetzt übertreibt es nicht Roni deswegen nicht so weit hoch weil ich hunger habe ich muss mir jetzt nicht permanent so ein ding einpumpen ja was habe ich denn da eben gesagt lass den doch auch schon was essen und was trinken lass es Roni, lass es bleib ruhig ich miss das, der da hinten noch festhängt da können wir uns gleich drum verlegen, man muss schon kennen dann weg war jetzt nun schon wieder dabei so, mal gucken was wir jetzt mit ihm machen hier na Kumpel, was ist los? na? Stinker oh hast du jetzt an meinem Stab gerochen? dann kannst du mal sehen wie explosiv der ist du hast ja übrigens auch einen Schuh verloren nirgends weiße Stiefel na komm, die Nägel nehmen wir mit nirgends mitnehmen nirgends kannste riechen lassen, das ist äh das du? hallo? ah, waren sie zerlegen das kannst du drinnen lassen, dann machen wir die Büchse hier auf hm, das hat sich ja richtig gelohnt für das Papier zumindest da waren wir schon rein ach so, da war der Knüppel rein na, Holz so, gucken wir mal hoch langer oh, was ist hier los? da stapelt euch ja schon das ist auch nicht schön oh, toll, wenn einer für euch hier noch einen Sack fallen lässt dann für euch hier noch einen Blue ist, ne? und wo schießt denn du hin? und da ist eine Stimme von dem Roten aber immer noch nicht, ne? das habe ich aber am Fuß gebrochen aha hey, das Visier muss ja darunter gestellt werden das haben wir ja gleich also, laut roten Punkt na müssen wir durch den roten Punkt das Visier machen, oder was? so, oder wie? bin ich mal gespannt und dann treffe ich nur seinen Kopf, oder nicht? das ist klar, aber da hinten noch also, irgendwie, ne? na ja das hat man schon hm, 6er Kolde, ne, oder? ich war doch eben erst mal ich habe doch eben erst aufgeräumt, oder nicht? hm, was hat der hier hinten drück versteckt? ah, wir legen mitnehmen oh, ich, oh, oh gehen wir auch schnell an hoch, oder was? ja, ne? machen wir hier sind das aber zubestimmt dass er sich immer gleich runterhalten muss hätte es immer von oben bleiben können und so ist jetzt unser Blutwecker erschossen oder was sieht es aus liegt nämlich nicht da so wer ist denn jetzt schon wieder hier da haben wir hier was liegen das haben wir eben gerade bestimmt weggeschossen unser Loot gut da waren wir drin, da waren wir drin, da waren wir drin, das haben wir gelootet, das ist das, da waren wir auch drin, ok dann geht es hier weiter naja da auch der nicht schwer öh oh du bist denn du zu einer langen Flur ich bin doch hier lang gegangen, wieso kommst du jetzt von dort vor allem durch den Zaun durch machst du das immer ich habe so ein ungutes Gefühl und das Thema gleich runter stürmen wie gesagt bleibt doch einfach mal da hoch da oben da so so in der Arschbogge geschossen ist unser Loot jetzt wieder weg geschossen oder was und da gibt es ja einfach keinen und dann kriegen wir jetzt weiteres äh Eisenscheiben oder was Lautsprecher anderer Lautsprecher der Lautsprecher der hintere na geht doch so wenn wir auf und an mal manchmal spinnt es eben nein 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 ja das ist nicht der Fall jung Haben wir Kleber dabei? Hättet man gleich mal Kleebund gemacht liegen 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 wo ist denn das hier aber da kommen denn du benutzt die mal hast du immer nur Hunger so auch immer wird doch eigentlich reichlich gegeben so hier geht es nicht rein nein 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 Nein, 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 da war doch nicht alles, du hast nur noch 650 Schuss. Hin hier oder was? Oh ja, da wird aber fliegen. Verlegen, den kannst du gleich benutzen, weil du hast ja immer noch Dorsch. Dorsch. Treffe ich sie oder treffe ich sie nicht? Die hat man getroffen. Und? Man war nicht immer so schnell, Mann. Da war ich mit Zielen hinterher. Das ist mal Flugzeug in Ruhe. Irgendwie, äh... Mit der rote Punkt gar nichts. Oder ich komme nicht so weit mit dem Ding. Hm. Eigentlich müsste die doch so weit gehen oder nicht? So, Farmer geht es auch nicht so weit. Na, geht doch aber. Behalte dich auf Konflikte. Okay, in Ordnung. Was denn? Wer hin? Wohin? Na, ich wüsste die da unten. Ja, alles gut. Ja, was ist denn nun? Grund her. Wenn wir da reingehen, dann gehen wir auch gleich mal hier rein. Ich meine, wir müssen dann sowieso... Ach, hier war der andere. Achso, okay. Hier war doch hier. Genau. Wo ich vorhin gesagt hab. Uh, 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 uh. Wer sind die jetzt hergekommen? Äh, ne, äh, äh, Autsch. Sind Geier noch dabei? Hä? Wo sind die jetzt alle hergekommen? Ach, ähm, voll jung. Und es kommt schlimm von anderen Seiten. Verdammt, ist das ja ein Gefängnis. Also haben wir hier einen Rundgang quasi hier. Hä? Oh, der hat schon in den Zaun eingedeppert. Und wo ist denn da noch ein Rest? Oh. Da sind schon mal die Garriere. Denkst du die Aufwärtscheid? Ja? Al. Ja? Oh, das ist gut. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. du bist der auto rausgekommen also fliegst du da rein ne wird nicht abgehauen jetzt die ganzen kann ja auch schon wieder hergezaubert ich habe so ein gutes gefühl naja ich hab mich auch ich hab heute mein loch reingehauen oder was oder geht die tür gleich ganz kaputt na die sind noch alle wo kommt die jetzt schon wieder her das ist ja ganz schön unwerter hier ne scheiße ja 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 das kommt eigentlich von der gamestage, muss ich gleich mal gucken ich ziehe die waffe nicht immer so früh weg und schon warten bis der schuss weg ist 594, naja, das geht ja eigentlich auch noch vierstellig ist dann naja du hast jetzt weißt du wo ich bin jetzt kannst du rausgeschossen können juma 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 ja 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 da ist doch mein 6er m60, sag ich doch, entweder kriegen wir es durch eine quest oder kriegen es einfach so, jetzt am besten leicht verlegen, das kennen wir ja schon, das schauspiel, sonst kriege ich doch gar nicht jetzt alles in meinen Socken, nein, die besser wie Marner, ne, dann machen wir so kurz und so und so und so und so, was ist denn jetzt hingepackt, ja, dann verändern, schmeiß das mal alles da raus und schmeiß das mal alles hier rein, na das ist doch mein m60, siehst du, ich hab eigentlich gedacht, ich krieg's euch eine questbelohnung, aber okay, so geht's auch so, dann reicht der Platz ja trotzdem nicht, ne nochmal, ach, Holz, aber ja, gut, Holz ist zu vernachlässigen jetzt oftmal obwohl, Maismehl haben wir ja auch noch jede Menge, ne so, dann haben wir den ja schon mal weg, aber das war jetzt nicht der Endloot, oder? ne, scheinbar nicht wir müssten jetzt oftmal, mal kurz mit ins Flugzeug mal so ganz schnell kommen wir da hier euch mal lang, ja, aber hier, ne so, hier kommen wir auch ins Flugzeug an nein ähhhh hm hm mach's doch vorhin noch nicht da drin warte, hä? dass du vorhin schon mal die tür aufgemacht? hm du hast dich geschütze водja nicht gehört, ja hm ja mach das mal hier rüber die munition kannst du ja eigentlich da lassen dann packt lieber die batterie rüber und das ganze nochmal benutzen was hast du schon da gehabt was ist denn los mit dich ja dann benutzen wir das ganze ja leckere katzenfutter nudeln lassen wir zum kochen große food, da haben wir glaube ich 40 stück komm nein damit platz valut und das ist gut rindfleisch brauchen wir auch zum kochen den rest musst du jetzt so in der tasche lassen einfach mal so warum ist denn mal direkt? da dreht sie sich wieder gut ich habe doch vorhin hier reingeguckt oder nicht scheinbar nicht ja hier sind wir richtig hier müssen wir dann hier ja 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 hier hier also müssen wir jetzt da rein scheinbar ne ach hier sind die anderen zählen drinnen und doch na das haben wir angestellt na hier seid ihr nicht ganz schlimm hier zwei kenne ich doch das war dick und das andere war doof ach ne das ist jetzt nicht euer ernst mann wo der guck mal der her schreit na kommt mal raus jetzt wird alle hergestiedelt wir waren es doch eben noch gar nicht aber ich habe doch was neues für euch wo ist es denn? moment ich muss nur nachladen jetzt zeige ich es euch jetzt läuft auf einen zentralen fleck jetzt bist du alle na gut ich bin voll in den Rippen gescheußen jetzt voll in den Eier gescheußen nochmal da muss ich was der aushält na doch stehst du jetzt auch mal kind nicht mehr kommst du zu daher? hm das ist ein schreierig oder? das ist nicht dein ernst na ja schrei woanders aber nicht hier so was ist mit dir eigentlich? wieso gehst du nicht so nicht so schön genau? was ist denn da los? ja eine taschenlampe liegt es nicht hm hm da hab ich mich ich kenne nicht mehr so warum denn das ist vor als wenn die noch hm na gut ich hab gar nicht geschrieben da habt ihr euch ein festgefallen ja hm 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 wo haben wir es jetzt oder was ich komme ja hoch ist ja gut und johnny wie geht es dir so ja auch schlechte zeiten jetzt aber einmal ins gesicht einmal ins gesicht über übrigens offen so viel mehr in meiner sammlung nur die 6 mm ach die 6 mm die 6 9 mm aus dem klo oder vom händler oder an questbelohnung oder keine ahnung was dann haben wir ja eigentlich alles soweit wie gesagt eine 6 ist die kleine 6 es gibt immer noch eine bessere jetzt überall wenigstens mit dem abgebaut und gar nicht nachgeguckt so richtig hier drin waren jedenfalls keine toiletten war mir schon nicht okay nix mit einer 6 mit einer 6 also schon 9 mm meine ich mein da ist eine box wie wird sich und wenn hier noch irgendwo einer ist was jetzt schon mal hunger du hast doch also ich mal bringe noch aber auch noch voll komplett mit jetzt nichts sagen weil jetzt so boni das ist schon von dem knie ist dass du da nicht was du da mehr 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 hunger kriegst wo hier haben wir noch keine farbe drin verändern hier und da ist ja eben mal lila so der hunger haben wir noch etwas dosen mäßiges das kann sich schon mal zerlegen kann man schon die ganze von mir erst benutzen wo sie gut immer ein damit nur eine dose gut 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 mal hier einmal gesundheit ja sind aber alle voll ich kann dich nicht irgendwo hinein stöppeln sollte eigentlich nur vier plätze haben die nicht eigentlich mal fünf die sechs noch ein sechster schlug der macht 29 8 und mal noch 29 6 so ist ja sogar immer besser und noch mal verändern das ist schon das richtig rein geteilt so abschließend noch da waren zwei sachen schlechter er macht jetzt regulär 49 8 ohne mod und er macht 49 6 und 29 6 und block schaden waren sie beide gleich na in jedem fall war die wieder besser wie gesagt eine sechser ist nicht immer gleich eine sechser aber ich glaube schon oft genug wiederholt selbst der händler kann jetzt wieder eine haben die besser ist als was du in der tasche hast und das ist keine ordnung wie weit es geht inwiefern wie hoch das skaliert einen topf kannst du riechen riechen hier nimmst du jetzt einfach mal verkaufen wir sowieso da kannst du rausschmeißen so gehen wir mal weiter hier hier sind auch noch eine kiste wieso hast du jetzt die kiste eigentlich nicht kaputt gemacht da hinten hm ein geflautem Brot wo waren jetzt die kiste hier ne so geht es nicht so lang oder hier noch dann aber habe ich eigentlich das ding da haben wir hier die kiste gleich wieder Hunger so so ähm meine Sensoren haben etwas erfasst ach so wofür wie seid denn jetzt auch so wie seid denn jetzt auch aufgetaucht mit einmal ach du Schande geht denn hier ab ähm äh mach auf hier mach auf hier mach auf hier lauf 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 Schande kommen die jetzt heute her Na, darf man auch. Uh, da hat es einen Schädel zu hauen. Au. Immer triffst du nicht. Na, wenn du vorbei rennst. Hm. Uh, Hilfe. Dann stehen sie da, wie blöd. Ne, wir sind jetzt das Licht ausgegangen, ja. Ach, weil sie zerteppert haben, oder was? Hä? Machen die denn da Gruppenkuscheln? Hä? Ich weiß nicht, wo sie fliegen sollen. Jetzt werden sie wieder wach. Au. So ist es beim Buben. Au, au, au. Dann musst du mich schon wieder heilen, oder was? Da auch mal. Da triffst du gar keinen, ja. Oh. Oh, die treffen mich. Nicht einkeilen lassen, ne? Nicht einkeilen lassen. Drohnen hier verballern, nicht wieder alles. Kann mich ja auch nochmal hier, äh, mir einen einquälen. Schau, irgendwie. Ding. Hm, wieso treffe ich denn jetzt auch? Kein Ball war bald da auch. Und hoch. Oh. Ich geh treffe. Oh. 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 so haben wir noch keiner gestorben von euch so rasten, wieso rennst du nicht von mir weg? warte da hin muss man den bus ganz? brauche ich mich zum ausruhen jetzt habe ich euch den weg gezeigt, wie es hoch geht, wa? naja, war mir klar da habe ich mich nicht gleich irre, explodiert der bus sowieso dann bald, was ich meine, ja, ja das habe ich mir schon gedacht bist effektiv, okay hätte ich jetzt gar nichts machen brauchen, jetzt würden wir effektiv mal die zombies bekämpfen können, ja, oder nicht wenn ihr ja so effektiv bist wie kommt es denn darauf, dass ich erste hilfe brauche, da ist ganz was neu so, im Stab geht es also auch, wenn man sich Mühe gibt so, zwischendurch wollen wir mal ausruhen und ruhen hier einen heil, dann geht er schon naja, ist auch stolz runter geschafft ja doch, schon der Stabwerk kaputt schon wieder ach, Fiddy wir müssen sich kaum wegdrehen, wenn ich zuhaue na, weißte ja doch doch, doch, doch doch bin ich über das drüber gelaufen oder was aber das war die Talmöcher, ja, ja was ist mit hier, kommt es doch stolz angelaufen da hing doch nur der andere fest mein kumpel alles gut auf konflikte da sind gar konflikte hier riech mal so ich muss jetzt gerade die folge wechseln danke fürs zugucken den machen wir hier noch hier wird zwar kein spät aber hier geht es nicht anders wenn ich jetzt auch aus holen würde würde ich immer da oben hin haben würde quasi in schwung wegnehmen gut dann ist die tage und irgendwas zu waren